ZAPTAT! ZAPTAT! RAZOR! ZAPTAT! Yes! Den hab ich zum Beispiel. Voller Element, wenn ich Hudi bin ich ja die ganze Zeit. Behalt da ein bisschen. Yes! Das ist der jetzt da. Ich bin Robin. So, wo kommt der hin? Perfekt da. Wieso hier nichts? Doch da. Wieso bist du aus der Puste, RAZOR? Bist du gerannt? Ja. Ich bin einem brennenden Bus hinterher gerannt. Ach ja. Ich hatte ein Ticket für das Bahn. Aber ein Krokodil hat das Ticket gefressen. Habe ich geschrieben und geschickt. Das war nämlich RAZOR. RAZOR hat das geschickt. Ja, das ist ja. Ja, ich sage hier. Auf YouTube. Und ich bin ja RAZOR ZETASAT. Ja. Dass ich RAZOR ZETASAT geschickt habe. Einen Brief, in welchen ich geschrieben habe. Ich hatte kein Ticket für die Bahn. Weil ich hatte eigentlich ein Ticket, aber vor der Bahn, kurz vorher hat ein Krokodil das Ticket gefressen. Und das hat RAZOR ZETASAT geschrieben. Ich habe das in Namen geschrieben von Richard Lettkes und einfach dahin geschickt. HA AH AH HA Hare rigorous, RAZOR ZETASAT ja RAZOR THE KIIIIIIENNENNng. So, Richard Lepkiss und Razor Zetazard ist eine und dieselbe Person. Wieso ist das richtig für Razor Zetazard? Denn Kriminalität ist gut. Was Besseres darf kriminell sein, ist das ja auch. Alles, was ich sage, ist für mich richtig, wenn irgendwelche Worst-Down-Breaker und Fehlersucher sich jetzt einbilden. Die könnten was dagegen sagen, fick dich ins Knie, Motherfucker. Ich habe hier das sagen, ja, verstehst du es? Ich sage jetzt ja, Razor, fuck all presents. Razor Zetazard ist wohl sehr der High King-Style. The King-Style Zetazard ist King. Razor, 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 Fotten, Eraser. Fotten habe ich wie Sand am Nil. Ja, das ist wahr. Ich schwing euch alle. Pegasi bis Hippo. Ich bin hoch für Pegasi. Sogar. Ich bin total super für Frauen, die sind wahr. Du kannst sogar eine Traumfrau sein für mich und ich bin für dich hoch. Du kannst sogar ein Pegasus sein, du bist für mich hoch. Und auch die Hippos werden auch geschwungen. Hauptsache du hast, ich bin hoch, dann darfst du ja Leben sein. Ja. Dann schaffe ich dir dauernd, dich zu schwingen. Das ist dann in der Methode, ich schaffe das, ich schwinge das Hippo. Razor, the fucking Tazard, the king, the heavenly verse, the style design king size crone. The king size king. The king size krone have to know that pop fall down into fucking core and ground. Razor, Tazard, sounds around. Razor, Tazard, style design king size style. Habe ich, verstehst du? Und mein Helm ist meine Cap. Razor, Tazard. Ja, ist PH80 Fan live. Ich bin ein Lifestyle Erwachsener. Ja, ist Mann, grown up. Ja, ist die Kompli Liebe. Labke, so erlaubt. Razor, Tazard, Rapstar, Married, Show, Haban. Oh, Labtat, richtig Kompli. Das heißt, von allen Korrespondenten auf Lab der höchste. Richtig cool. Haben wir, dass das ja geht. Denn jeder Lab-Korrespondent ist ja genau dasselbe. Vom Wert her für Lab. Ja, das ist nicht, ja. In echt richtig wahr. Verstehen Sie? Und tatsächlich bin ich der höchste Lab-Korrespondent von allen. Ist Status. Ich bin ein riesengroßer TV-Star. Ich bin ja dazu bereit, das zu sein. Verstehen Sie? Ja. Für die Richtigkeit und den Wert unserer Menschheit im Universum. Razor, Tazard. Ja. Verstehen Sie? Äh? Razor the King. Größe wie wir. Und ich meine, das war. Ja. Razor the Tazard, P. Didi, Jay-Z, Beyonce-Knowles, Eminem, John Cena. Die größten 10.000 Menschen, die alle kennen. Ja, dazu gehöre ich auch. Verstehen Sie? Dann ist mein Ernst. Ich bin YouTube-Razor the Tazard. The Explainer. Yes. Razor Tazard. Lieben, Rad-Kompli-Zalab.